Ich bin aktuell Geschäftsführer der Social Marketing Nerds aus Köln. Wir haben vor zweieinhalb Jahren gegründet, sind jetzt sechs Performance Marketer und Marketerinnen, die sich ausschließlich mit dem Thema Implementierung auf Kundenseite beschäftigen, kurzfristig Exekutionslücken schließen und ursprünglich komme ich aus dem Verlagsumfeld, habe bei der Mediengruppe DuMont in Köln den Jobeinstieg gehabt als Produktmanager SEO und Social Media schon ein paar Jahre her und habe mich dann irgendwann für die Selbstständigkeit entschlossen, war dann Freelancer und über die Freelance-Tätigkeit habe ich meinen Fokus geschärft, habe mich auf Facebook Performance Marketing spezialisiert und habe dann mit meinem Mitgründer Ben vor knapp zweieinhalb Jahren gegründet. Bis zum nächsten Mal.